Also Homie, wir starten zum Abenteuer, es geht, es geht, fühlst du dich ready? Absolut, let's go. Warum soll ich mich ready fühlen? Ich habe Angst, ich mache gar nichts. Kannst du mal an mich fragen. Also ich fühle mich ready und ich bin bereit für dich Dieter, ich freue mich schon auf dich. Let's go. Also wir sind jetzt in München angekommen, gehen jetzt gleich zu meinem Bruder. Die Vorfreude steigt auf morgen. Ich bin auf jeden Fall ready, es wird gut. Es geht los zum Casting. Der frühe Vogel fängt den Wurm, die Stimme ist ready. Let's go. Let's go. Road to the SDS. Schön keine Nummernschilder hier drauf bringen. Trinken. Let's be ready for this. Let's go. bzw. Katja, ich freue mich auf dich.